Ashton Kutcher hat in seinem Leben zahlreiche Herausforderungen gemeistert und sich durch bedeutende Erfahrungen weiterentwickelt. Von den gesundheitlichen Problemen seiner Familie in der Kindheit bis hin zu persönlichen Kämpfen und Tragödien als Erwachsener spiegelt Kutschers Weg eine bemerkenswerte Widerstandskraft in schwierigen Zeiten wider. Neben beruflichen Erfolgen sah er sich auch öffentlicher Kritik ausgesetzt, darunter Kontroversen wie die öffentliche Unterstützung seines ehemaligen Co-Stars Danny Masterson während eines Vergewaltigungsprozesses. Wie haben diese Kämpfe sein Leben und seine Karriere beeinflusst und wie hat er sie überwunden? Begleiten Sie uns, während wir untersuchen, warum die Tragödie von Ashton Kutcher so traurig ist. Ashton Kutcher und sein Zwillingsbruder Michael wurden am 7. Februar 1978 in Cedar Rapids, Iowa, geboren, in einer Welt, die schnell ihre Widerstandsfähigkeit und Bindung auf die Probe stellen sollte. Ashton kam mit einem gesunden Gewicht von 11 Pfund zur Welt, während Michael einen schwierigeren Start hatte, da er nur 4 Pfund wog und unterentwickelte Lungen hatte, die das Atmen von Anfang an erschwerten. Michaels frühe Schwierigkeiten hielten an, als er im zarten Alter von drei Jahren mit Cerebralparese diagnostiziert wurde. Diese Krankheit brachte nicht nur körperliche Herausforderungen mit sich, sondern auch verletzende Vorurteile und Hänseleien von Gleichaltrigen auf dem Spielplatz. Eine schmerzhafte Erfahrung des Aufwachsens mit einer Behinderung. Während die Kutscherbrüder ihre Schulzeit durchlebten, nahm Michaels Gesundheitsweg eine weitere erschreckende Wendung, als er in der 8. Klasse die verheerende Diagnose eines vergrößerten Herzens erhielt. Die Prognose war düster und gab ihm nur noch Wochen zu leben. Es sei denn, er erhielt eine lebensrettende Herztransplantation. Diese Nachricht erschütterte Ashton zutiefst und weckte eine tiefgreifende Entschlossenheit, alles zu tun, um das Leben seines Zwillingsbruders zu retten. In einem Akt unerschütterlicher Hingabe drückte Ashton seine Bereitschaft aus, sich selbst als Spender zur Verfügung zu stellen, falls nötig, was die tiefe Bindung zwischen den Brüdern unterstrich. Erstaunlicherweise wurde innerhalb eines bemerkenswert kurzen Zeitraums von 24 Stunden ein geeigneter Spender gefunden und Michael erhielt erfolgreich eine Herztransplantation, die gegen alle Erwartungen das Leben rettete. Diese herausfordernden Erfahrungen prägten Ashtons Charakter durch die Härten und Unsicherheiten, denen seine Familie ausgesetzt war. Das Zeugnis des Bruders und die Konfrontation mit gesellschaftlichen Haltungen gegenüber Behinderung hinterließen zweifellos einen bleibenden Eindruck und förderten Mitgefühl und Stärke in Ashton, während er ins Erwachsenenalter heranwuchs. Ashton Katschers Weg von einer stürmischen Kindheit, geprägt von familiären Gesundheitskrisen, zu seinem späteren Erfolg in der Unterhaltungsindustrie spiegelt eine tiefe Resilienz und ein Engagement für das Überwinden von Widrigkeiten wider. Seine Bindung zu Michael ist ein Beweis für die Kraft der Familie und die anhaltende Stärke, die man findet, wenn man den Herausforderungen des Lebens gemeinsam begegnet. Doch dies war nur der Anfang von Kutschers vielen Kämpfen. Was musste er noch in seinem Leben ertragen und wie meisterte er diese Herausforderungen? Lassen Sie uns weiter erkunden und herausfinden. Ashton Kutscher erlangte Berühmtheit durch seine Rolle als Michael Kelso in der Serie That 70s Show, einem Charakter, der als typischer, nicht besonders heller Schönling dargestellt wurde. Kutschers tatsächliche Jugend verlief jedoch ganz anders und war vielversprechend. Als Schüler zeichnete sich Kutscher sowohl akademisch als auch sportlich aus und strebte nach prestigeträchtigen Universitäten wie MIT oder Purdue. Leider änderte ein gedankenloser Streich seinen Weg erheblich. Obwohl er als guter Schüler und beliebte Persönlichkeit in seiner Gemeinde bekannt war, nahm Kutschers Leben in seinem letzten Schuljahr eine bedeutende Wendung. Im Alter von 18 Jahren entschloss er sich zusammen mit einem Cousin in ihre Schule einzubrechen, als einen schelmischen Abenteuertrip. Das Unterfangen ging schnell schief, als sie einen stillen Alarm auslösten, was zur Verhaftung Kutschers und seiner Verurteilung wegen Einbruchdiebstahls dritten Grades führte. Die Folgen waren gravierend für Kutscher. Er verbrachte eine Nacht im Gefängnis, wurde zu 180 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt und stand unter drei Jahren Bewährung. Dieser Vorfall schmiedete nicht nur seinen Ruf, sondern hatte auch langanhaltende Auswirkungen auf seine akademischen und außerschulischen Aktivitäten. Kutscher verlor seine Stipendien, wurde aus der National Honor Society ausgeschlossen und von Schulaktivitäten wie dem Abschlussball ausgeschlossen. Rückblickend auf diesen entscheidenden Moment in seinem Leben erkennt Kutscher an, dass es trotz der Schwierigkeiten eine tiefgreifende Lernerfahrung war. Er sieht diese Episode als prägende Zeit, die letztlich seinen Charakter formte und seinen Weg neu ausrichtete. Obwohl die Folgen des Einbruchs Kutscher isoliert und markiert in seiner Gemeinde zurückließen, schloss er seine Schule letztendlich als einer der besten fünf seines Jahrgangs ab. Diese transformierende Erfahrung förderte Kutschers persönliches Wachstum und seine Resilienz und ebnete den Weg für zukünftige Erfolge und Unternehmungen in der Unterhaltungsindustrie. Im Jahr 2001 nahm Kutschers Leben eine tragische Wendung, als die Frau, mit der er sich gelegentlich traf, Ashley Ellerin, Opfer eines erschreckenden und sinnlosen Gewaltakts wurde. Ashley, die Kutscher über gemeinsame Freunde kennengelernt hatte und mit der er mehrere Dates gehabt hatte, wurde am Abend des 21. Februar brutal in ihrer eigenen Wohnung ermordet. Kutschers Pläne mit Ashley an diesem schicksalhaften Abend wurden unterbrochen, als er versuchte, sie telefonisch zu erreichen, während er auf dem Weg zu ihrer Wohnung für eine Grammy-Party war. Da seine Anrufe unbeantwortet blieben und er bei ihrer Wohnung ankam, bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. Klopfen an der Tür brachte keine Antwort und er sah ihr Auto in der Einfahrt stehen. Besorgt, dass Ashley vielleicht verärgert über seine Verspätung war, schaute Kutscher durch ein Fenster und sah einen erschreckenden Anblick. Was zunächst wie verschütteter Rotwein auf dem Teppich aussah, stellte sich später als Spuren von Ashleys Blut heraus. Ein düsteres Zeichen der Tragödie, die sich ereignet hatte. Die grausame Realität wurde offenbart, als entdeckt wurde, dass Ashley kurz nach dem Verlassen der Dusche brutal 47 Mal erstochen worden war. Der Schock und das Entsetzen dieses Ereignisses hinterließen einen tiefen Eindruck bei Kutscher und der breiten Gemeinschaft und belasteten alle, die Ashley gekannt hatten. Der Täter, Michael Gargiulo, berüchtigt als The Hollywood Ripper, wurde schließlich gefasst und für Ashleys Mord verurteilt, wobei er die Todesstrafe für sein abscheuliches Verbrechen erhielt. Während der Ermittlungen und des Prozesses spielte Kutscher eine wesentliche Rolle, indem er wichtige Informationen an die Strafverfolgungsbehörden weitergab und die Bedeutung seiner Anwesenheit am Tatort und seines Zeugnisses für die Gerechtigkeit für Ashley erkannte. Diese traumatische Erfahrung hinterließ zweifellos einen unauslöschlichen Eindruck bei Kutscher und veränderte seine Perspektive auf persönliche Sicherheit und die unvorhersehbare Natur des Lebens. Sie verdeutlichte auch die verheerenden Folgen sinnloser Gewalt und die tiefgreifende Auswirkung auf die Hinterbliebenen. Kutschers Bereitschaft, sich mit dem Rechtsprozess auseinanderzusetzen und seine Erfahrungen öffentlich zu teilen, zeigte sein Engagement für Gerechtigkeit und Verantwortung nach einer so tiefgreifenden Tragödie. Im Jahr 2003 blühte Kutschers romantische Beziehung mit Brittany Murphy während der Dreharbeiten zu »Just Married« auf. Die Verbindung, die sie sowohl auf- als auch außerhalb des Bildschirms teilten, war spürbar und ihre Freundschaft entwickelte sich nach Abschluss des Films zu etwas Tieferem. In einem Interview mit People in dieser Zeit sprach Kutscher liebevoll über ihre sich entwickelnde Beziehung, bemerkend, dass sie zunächst nur Freunde während der Dreharbeiten waren, aber danach mehr Zeit miteinander verbrachten. Ihre öffentlichen Auftritte während der Pressetour für »Just Married« zeigten ein Paar, das tief ineinander verliebt war. Murphy lobte besonders Kutscher und beschrieb ihn als »außergewöhnliche Person,« deren Talente über das Offensichtliche hinausgingen. Ihre Liebesgeschichte wurde jedoch abrupt beendet, als Kutscher und Murphy sich im Frühjahr 2003 trennten. Tragischerweise verstarb Brittany Murphy sechs Jahre später unerwartet im Alter von 32 Jahren. Der Obduktionsbericht nannte »Lungenentzündung«, schwere Anämie und die Auswirkungen von Medikamenten als beitragende Faktoren zu ihrem vorzeitigen Tod. In dieser schwierigen Zeit kämpfte Kutscher mit einem tiefen Gefühl des Scheiterns und der Enttäuschung. In einem ehrlichen Interview mit Esquire öffnete er sich und offenbarte die tiefen emotionalen Wunden, die die Scheidung hinterlassen hatte. Er beklagte das erdrückende Gewicht der Enttäuschung und bemerkte, »Nichts lässt dich so wie ein Versager fühlen wie eine Scheidung. Scheidung fühlt sich wie ein totaler Misserfolg an. Du hast in der Ehe versagt.« Für Moore war die Scheidung ein schmerzhafter Abschnitt in ihrem Leben, der von Herzschmerz und Unsicherheit über die Zukunft geprägt war. Trotz aller Bemühungen, ihre Beziehung zu retten, erwies sich der durch Kutschers Untreue verursachte Schaden als irreparabel, was letztlich zur Trennung und rechtlichen Auflösung führte. Die Auflösung ihrer einst vielversprechenden Beziehung legte die persönlichen Kämpfe und Verwundbarkeiten sowohl von Kutscher als auch von Moore offen. Ihre Reise durch die stürmischen Gewässer der Scheidung diente als bewegende Erinnerung an die Komplexität, Beziehungen unter dem unaufhörlichen Blick der Öffentlichkeit zu navigieren. Trotz ihrer besten Bemühungen, ihre Ehe zu erhalten, sahen sich Kutscher und Moore der schmerzlichen Realität gegenüber, getrennte Wege zu gehen und hinterließen ein Erbe von verlorener Liebe und gelernten Lektionen. Nachdem er sich in Sitcoms und romantischen Komödien etabliert hatte, übernahm Ashton Kutscher 2013 eine ernste Rolle, als er Steve Jobs im Film »Jobs« darstellte. Bekannt für sein Engagement für sein Handwerk, beschränkte sich Kutscher nicht nur auf das Lernen von Jobs' Texten und Manierismen. Er entschloss sich zu einem umfassenden Method-Acting-Ansatz, der das Nachahmen von Jobs' berühmten exzentrischen Essgewohnheiten beinhaltete. Dazu gehörte eine frutarische Diät, die Kutscher darauf beschränkte, nur Früchte und Nüsse zu essen und Fastenzeiten einzuhalten. Während dieser extreme Ansatz ihm ohne Zweifel half, Jobs' Charakter zu verkörpern, hatte er einen erheblichen Preis. Wie Kutscher später in der beliebten YouTube-Show »Hot Ones« offenbarte, hatte seine tiefe Einarbeitung in Jobs' ungewöhnliche Diät unerwartete gesundheitliche Folgen. Die Zuhörer der Show erfuhren aus erster Hand, wie sich diese Method-Acting-Technik auf Kutschers Wohlbefinden auswirkte. Jobs folgte bekanntlich einer strengen, frutarischen Diät, die hauptsächlich aus Früchten sowie einigen Nüssen, Samen und Getreide bestand und gelegentlich langanhaltende Fastenzeiten beinhaltete. Kutscher, der Jobs' Gewohnheiten während der Vorbereitung auf die Rolle nachahmte, begann, tagsüber große Mengen Karottensaft zu trinken. Leider hatte diese drastische Ernährungsumstellung nachteilige Auswirkungen auf Kutschers Gesundheit. Er erlebte plötzlich stechende Rückenschmerzen, die ihn dazu veranlassten, medizinische Hilfe aufzusuchen und wurde letztendlich mit einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert. Kutscher führte diese Gesundheitskrise auf seinen übermäßigen Konsum von Karottensaft zurück und verglich seine Situation humorvoll mit »Steve Jobs« zu werden. Trotz der anhaltenden Popularität der Fruterismus innerhalb der veganen Community ist Kutschers abschließender Rat aus seinem dietetischen Missgeschick klar, »Trinkt nicht zu viel Karottensaft«. Diese humorvolle Lektion verdeutlicht die Notwendigkeit ausgewogener informierter Ernährung, um die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden zu erhalten. Während ihrer Episode von »Hot Once« im Jahr 2021 gab Mila Kunis weitere Einblicke in Kutschers Gesundheitskrise und beleuchtete die Schwere der Situation, die durch seine extremen Ernährungsauswahlen entstand. Kunis betonte, dass Kutschers lässige Beschreibung die wahre Auswirkung herunterspielte, indem sie sagte, dass es nicht nur eine kleine Unannehmlichkeit war, sondern wirklich erschreckend und dass sie zweimal im Krankenhaus waren. Sie enthüllte, dass Ashton aufgrund einer Bauchspeicheldrüsenentzündung hospitalisiert wurde, eine ernsthafte Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Kunis erklärte, dass die Ärzte dies direkt auf seine extreme Diät zurückführten, die zeitweise hauptsächlich aus Trauben bestand. »Offensichtlich war der ganze Zucker nicht gut für ihn«, fügte Kunis mit einem Anflug von Amüsement hinzu, obwohl ihre Stimme noch einen Hauch von Besorgnis enthielt. Sie ergänzte, dass er große Schmerzen hatte und es ein echtes Wecksignal war. Kunis Perspektive hob die potenziellen Gefahren hervor, die mit drastischen Ernährungsänderungen oder restriktiven Essgewohnheiten verbunden sind, insbesondere wenn sie durch die Anforderungen des Method Acting oder der Rollenvorbereitung getrieben werden. Der Vorfall verdeutlichte die Bedeutung einer ausgewogenen und gesunden Herangehensweise an die Ernährung und priorisierte das allgemeine Wohlbefinden über extreme Maßnahmen aus Gründen der Leistung oder ästhetischen Ziele. Kutschers Erfahrung diente als Warnung in der Unterhaltungsindustrie, in der Schauspieler oft signifikante körperliche Transformationen für Rollen durchlaufen. Es sorgte für Aufsehen in der Awards-Saison und in späten Nacht-Talkshows und regte eine wichtige Diskussion über die möglichen gesundheitlichen Folgen von schnellen und extremen Diätumstellungen an. Der Vorfall betonte die Notwendigkeit für Schauspieler und Einzelpersonen, nachhaltige und gesundheitsbewusste Praktiken über schnelle Lösungen zu stellen. Casting-Direktoren, Produzenten und sogar andere Schauspieler begannen, den Druck neu zu bewerten, der auf Darstellern lastet, um drastische körperliche Veränderungen in kurzer Zeit zu erreichen. Die Enthüllung von Kutschers Gesundheitskrise führte auch zu Diskussionen über den breiteren gesellschaftlichen Druck und die Erwartungen an Schauspieler, bestimmte körperliche Attribute für Film- und Fernsehrollen zu verkörpern. Es entzündete eine Debatte darüber, welche Botschaft diese Darstellungen an das Publikum senden, insbesondere an junge und beeinflussbare Zuschauer. Der Vorfall hob die feine Linie zwischen künstlerischem Engagement und Selbstfürsorge hervor und regte zu einem nuancierten Ansatz in der Rollenvorbereitung an, der ganzheitliche Gesundheit und Wohlbefinden neben künstlerischem Ausdruck priorisiert. Casting-Direktoren begannen, den Einsatz von Prothesen, Make-up-Kunst und anderen nicht-invasiven Techniken zu erkunden, um gewünschte körperliche Erscheinungen zu erzielen. Zusätzlich entstand eine Diskussion über die Förderung größerer Körperdiversität und Inklusivität auf der Leinwand, die enge Schönheitsstandards in Frage stellte und eine breitere Palette von Körperarten feierte. Insgesamt bot Kunis Perspektive auf Kutschers Gesundheitskrise wertvolle Einblicke in die Risiken und Konsequenzen extremer Ernährungsauswahlen und löste wichtige Gespräche über die Schnittstelle von Gesundheit, Leistung und den Anforderungen der Unterhaltungsindustrie aus. Im Jahr 2022 enthüllte Ashton Kutscher ein erschreckendes gesundheitliches Notfallereignis, dem er während einer Episode von Running Wild with Bear Grylls – The Challenge gegenüberstand. Er gab bekannt, dass bei ihm eine seltene Form der Vaskulitis diagnostiziert wurde, die seine Sehkraft, sein Gehör und sein Gleichgewicht schwer beeinträchtigte. Kutscher beschrieb seine Erfahrung und erklärte, wie diese seltene Vaskulitis vorübergehend wesentliche Funktionen beeinträchtigte, was ihn mit Unsicherheit über seine zukünftige Gesundheit und Lebensqualität zurückließ. Es dauerte fast ein Jahr, bis Kutscher sich vollständig von diesem herausfordernden gesundheitlichen Rückschlag erholte, währenddem er mit Zweifeln über die Rückkehr zur Normalität kämpfte. In einer Episode von National Geographic's Running Wild with Bear Grylls – The Challenge öffnete sich Kutscher über seine Erfahrung, während er mit Abenteurer Bear Grylls wanderte. Die Erfahrung veränderte Kutschers Perspektive auf Widrigkeiten tiefgreifend. Er teilte Grylls mit, dass ihn die Konfrontation mit einer so ernsthaften Gesundheitskrise dazu brachte, die Herausforderungen des Lebens neu zu bewerten. Anstatt sich von Schwierigkeiten überwältigen zu lassen, nahm Kutscher eine Haltung der Resilienz und Entschlossenheit ein und wählte, Hindernisse zu konfrontieren und zu überwinden, anstatt sie ihn definieren zu lassen. Während der Wanderung drückte Kutscher tiefes Dankbarkeit für seine Genesung aus und reflektierte über die Angst und Unsicherheit, die er fühlte, als seine Fähigkeit zu sehen, zu hören und zu gehen durch die Krankheit beeinträchtigt wurde. Er betonte, wie dieses Erlebnis ihm die Bedeutung der Gesundheit verdeutlichte und die tiefe Auswirkung des Verlusts wesentlicher Körperfunktionen hervorhob. Grylls beschrieb Kutschers Weg mit Vaskulitis als erschreckend, aber letztlich transformierend und stellte fest, dass Kutschers Resilienz und Stärke während der gesamten Zeit offensichtlich waren. Die Schwierigkeiten, denen Kutscher gegenüberstand, unterstrichen Grylls Überzeugung, dass Herausforderungen innere Stärke und Standhaftigkeit aufbauen können. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme zeigte Kutscher bemerkenswerte Resilienz, indem er 2022 am New York City Marathon teilnahm und seine Entschlossenheit unter Beweis stellte, Widrigkeiten zu überwinden und seine Ziele, trotz der Hindernisse, denen er gegenüberstand, zu erreichen. Diese Erfahrung hob Kutschers unerschütterlichen Geist und seine Entschlossenheit hervor, das Leben in vollem Umfang zu genießen, unabhängig von den Herausforderungen, denen er begegnet. Im September 2023 fand sich Ashton Kutscher im Zentrum erheblicher Kritik und Kontroversen wieder, nachdem er und seine Frau Mila Kunis Briefe zur Unterstützung von Danny Masterson vor dessen Vergewaltigungsprozess verfasst hatten. Masterson, bekannt für seine Rolle an der Seite von Kutscher in That 70s Show, wurde letztendlich für schuldig befunden, zwei Frauen vergewaltigt zu haben und zu 30 Jahren bis lebenslanger Haft verurteilt. Kutschers Entscheidung, Masterson öffentlich durch Charakterbriefe zu unterstützen, wurde aufgrund der schwerwiegenden Natur der Vorwürfe und des gerichtlichen Ergebnisses weitgehend verurteilt. Die Öffentlichkeit und die Medien reagierten heftig auf Kutschers Handlungen und stellten sein Urteilsvermögen und seine Sensibilität für die Schwere der Vorwürfe gegen Masterson infrage. Herren, sie veröffentlichten ein Entschuldigungsvideo auf Instagram, in dem sie Bedauern äußerten und den Schmerz anerkannten, den ihre Unterstützung verursacht hatte. Ihr Entschuldigungsversuch wurde jedoch von einigen mit Skepsis aufgenommen, die die Aufrichtigkeit ihres Bedauerns infrage stellten und ihre Reaktion als Versuch ansahen, den Schaden an ihrem öffentlichen Image zu mindern. Die Kontroversen rund um Kutschers Unterstützung von Masterson führten zu einer umfassenderen Diskussion über Verantwortung und Rechenschaftspflicht, insbesondere für öffentliche Persönlichkeiten, die erheblichen Einfluss ausüben. Die Folgen von Kutschers Handlungen reichten über die öffentliche Meinung hinaus. In einem bedeutenden Schritt kündigte Ashton Kutscher seinen Rücktritt als Vorstandsvorsitzender von TORN an, einer gemeinnützigen Organisation, die er vor über einem Jahrzehnt gegründet hatte, um sexueller Ausbeutung von Kindern entgegenzuwirken. Diese Entscheidung fiel als Reaktion auf die Kontroversen rund um die Unterstützung von Masterson durch ihn und seine Frau, Mila Kunis. Der öffentliche Widerstand entstand aufgrund der Briefe, die Kutscher und Kunis an ein Gericht in Los Angeles geschickt hatten und in denen Masterson vor seiner Verurteilung für die sexuelle Nötigung zweier Frauen positiv beschrieben wurde. Die Briefe charakterisierten Masterson als »engagierten und treuen Ehemann und exzellenten Vorbild«, wobei sie ihre 25-jährige Bekanntschaft mit ihm aus ihrer Zeit bei »That 70s Show« betonten. Nach umfassender persönlicher Reflexion, Gesprächen mit Überlebenden und Diskussionen mit der Leitung von TORN kam Kutscher zu dem Schluss, dass der Rücktritt als Vorsitzender der verantwortungsvolle Schritt sei. Er erkannte an, dass sein Fehlurteil nicht von den wichtigen Bemühungen der Organisation ablenken sollte, Kinder vor Ausbeutung zu schützen. Kutscher drückte sein Bedauern darüber aus, zur Narrative beigetragen zu haben, die die Erfahrungen der Opfer infrage stellt, was der Mission von TORN widerspricht. Er entschuldigte sich aufrichtig bei den Opfern sexueller Gewalt, der TORN-Community und dem Advocacy-Sektor. Trotz seines Rücktritts aus der Führungsrolle versprach Kutscher weiterhin, die Arbeit von TORN im Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern zu unterstützen. Die Kontroversen um Kutschers und Kunis Unterstützung für Masterson verdeutlichen die Komplexität, öffentliche Positionen zu navigieren und die Bedeutung von Rechenschaftspflicht bei der Auseinandersetzung mit sensiblen Themen wie sexueller Gewalt. Kutschers Entscheidung zurückzutreten spiegelt ein Engagement wider, die Mission von TORN zu priorisieren und die Auswirkungen seiner Handlungen auf Überlebende und Befürworter zu erkennen. Während das Ausmaß der öffentlichen Vergebung ungewiss bleibt, scheint Kutscher Schritte in Richtung Rechenschaftspflicht und Lernen aus der Erfahrung zu unternehmen. Seine Handlungen nach der Kontroverse deuten auf eine Anerkennung der Schwere der Situation und ein Engagement zur Bewältigung der Konsequenzen seines Fehlurteils hin. Die Zeit wird zeigen, wie Kutschers Bemühungen, voranzukommen und Wiedergutmachung zu leisten, von der Öffentlichkeit und den Betroffenen aufgenommen werden. Ashtons Entscheidung, sich von Marihuana zu trennen, wurde tiefgreifend durch eine einzelne erschreckende Erfahrung beeinflusst, die er während der Hochzeit eines Freundes in Italien machte. Ein Moment, der letztlich seine Perspektive auf Substanzgebrauch und persönliches Wohlbefinden veränderte. Es war bei dieser Feier, als Kutschers Weg sich mit einer THC-haltigen Minze kreuzte, einem unschuldig wirkenden Leckerbissen, der ihn unerwartet in eine desorientierende Spirale katapultierte. Als er die Minze konsumierte, begannen ihre starken Effekte seine Fassung zu lockern, was ein Gefühl der Taubheit und Trennung von seiner Taille abwärts verursachte. Plötzlich, in einem Nebel veränderter Wahrnehmung verloren, fand sich Kutscher mit der beängstigenden Aufgabe konfrontiert, durch die verwinkelten Gänge des Hotels zu navigieren, wobei seine Sinne gedämpft und seine kognitive Klarheit scheinbar schwand. Glücklicherweise erwies sich seine Frau und treue Begleiterin, Mila Kunis, als wegweisender Anker inmitten des Chaos. Mit unerschütterlicher Unterstützung leitete sie Kutscher durch das verwirrende Labyrinth zurück in die Sicherheit ihrer Unterkunft. Doch die Schwierigkeiten der Nacht waren noch lange nicht vorbei. Gefangen in der Paranoia durch THC raste Kutschers Geist vor irrationalen Ängsten, wobei sein erhöhter Bewusstseinszustand alltägliche Sorgen in erschreckende Realitäten verwandelte. An einem beunruhigenden Punkt war er überzeugt, dass sie sich einem drohenden finanziellen Ruin gegenüberstanden und schrie verzweifelt, dass sie sich die Hochzeit nicht leisten könnten. Der folgende Morgen brachte die Klarheit einer nüchternen Erkenntnis. Kutschers beunruhigende finanzielle Offenbarung beruhte auf einer fehlerhaften Wahrnehmung, die die tiefgreifende Verwirrung zeigte, die verändertes Bewusstsein auf das Verständnis der Realität ausüben kann. Diese ernüchternde Nachschrift zu seinem THC-Erlebnis stellte einen Wendepunkt dar, der eine grundlegende Neubewertung seiner Beziehung zu bewusstseinsverändernden Substanzen in Gang setzte. Kutschers Abkehr von seinem früheren Ruf als Party-Enthusiast in Hollywood, gekennzeichnet durch eine Abkehr von Drogen und wilden Feiern, stellt in der Tat eine überraschende Entwicklung für viele dar. Jahrelang wurde Kutscher für sein lässiges Auftreten gefeiert, oft als das Leben der Party gesehen, sei es bei rauschenden Feiern oder bei aufwendigen Streichen in der beliebten MTV-Show Punk'd. Sein Übergang weg von diesem Lebensstil spiegelt jedoch eine tiefgreifende Entwicklung in seinem persönlichen Leben wider, insbesondere seit seiner Heirat mit Mila Kunis. Der Wendepunkt in Kutschers Lebensweg lässt sich auf seine Beziehung zu Kunis zurückführen, die während ihrer Zeit am Set von That 70s Show aufblühte. Seit der Eheschließung hat Kutscher ein geselligeres Lebensstil angenommen und seinen Fokus auf das Familienleben und die Freuden der Elternschaft mit ihren zwei Kindern gerichtet. Dieser Wandel unterstreicht nicht nur eine Änderung der Gewohnheiten, sondern eine tiefere Reifung und Wachstum, die sich in seiner Sichtweise und seinen Prioritäten widerspiegelt. Kutschers Weg vom Partyszenario in Hollywood zur häuslichen Glückseligkeit mit Kunis veranschaulicht eine bewusste Hinwendung zu Stabilität und Verantwortung. Nicht mehr nur durch seine unbeschwerte Persona definiert, hat Kutscher einen bodenständigeren Ansatz für Leben und Beziehungen übernommen und die bereichernden Erfahrungen der Familie über die flüchtige Aufregung seiner früheren Tage im Rampenlicht gestellt.